hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge seven days to die machen weiter ich habe werden gerade schon seine bücher gegeben habe ein paket geöffnet und loot drop vergessen auch noch mal zu starten hier ist noch ein bücher paket bogenschießen für ranger nehmen das schuss schüsse in die beine mit feilen oder bolzen verlangsamen deine gegner will das hier und haben und sind ich das ich nehme alles was über ist können dir modus nachdem du betroffen wurdest sind rauf angriffe um 20 prozent schneller und deine bewegungsgeschwindigkeit wird um zehn prozent erhöht das ist ja nicht egal machen wir alle nicht riesig mal hydraulik die fortgeschrittene fortschrittliche optimierung der hydraulik erhöht die feuerrate werne während ja kommen wir robotik hammer und fünf prozent schütztürme so ich muss mich schnell der machen es geht ja gleich los es gab schaden egal muss ich essen benny toni da da wird schön komm alles rein da hier kommt alles rein da hier waffen noch mehr was ist das bauplan fahrzeug reserve tank okay das ist ein weiter da hier ist noch honig glaube ich hoffe das war auch nicht nur vier so kann ich war auch kein brennstoff nein schlecht holz da rein ich kann jetzt kleber günstiger herstellen keine ahnung was er mir damit sagen will aber ich kann über günstiger herstellen das ist gut das heißt denn jetzt über günstiger herstellen noch um sechs und wasser ein ja jetzt nicht mehr knochen sieben sondern nach sechs ok haben wir noch irgendwo wasser jetzt ja im es ist bisher zu mir stelle gerade was her auch noch sechs stück na ok also ja da muss ich auch mal ran an die kiste jetzt dafür danke wo ist es das ich kann das auch rein droppen ist auch scheiß egal ob das da alles rein ich habe noch zwei klebeband habe ich auch nicht aber kleber wir haben ja nur noch was ist denn das haben wir nur noch nicht gut diese wenn man nur noch fünf stücke fleisch ganze fleisch ist schon wieder weg ich dachte wenn ihr wollt sterben ja ich bin ja schon hinter das ist noch nicht in toni toni ich habe den noch mal neun schuss dann in die dings und reingeschmissen ok super und die zions gäste dankeschön so auch gar nicht rein ok dankeschön nägeln und so was haben wir klebeband wo es die klebebahn hat hat keiner in der küste reingepasst eine eigene kiste packe ich das rein unten also die ombl dings hängt ich auch noch drei ok das ist cool dass das hier funktioniert warum soll das nicht funktionieren los weil eben eine frage wo sollen wir dem schlafsäcke ich habe jetzt im haus erst mal hingelegt wobei das problem ist wenn wir sterben können wir besser sagen wie es von deinem schlafsack oben ja das problem ist aber was ist wenn jetzt jetzt geht es ja noch das soll man nur beim nächsten blutmund gucken dass wir irgendwie noch eine etage oder was haben wenn also ich eine säure spritzen ausgesetzt oder was ich nehme ein mit höhe hoch ja krieg ich auch scheiße anderer seite muss ich da hoch ich gehe die falle hoch quasi jetzt endlich den weg der sound base ich glaube ich habe auch alles ich muss sagen habt ihr essen ja essen habe ich nicht mehr steine ja weil ich keine zwei stück fleisch geben da kommen wir jetzt auch fliegeldinger schon ich hoffe nicht normal nicht scheiße wo hast du denn schlafsack ja 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 und wir sollten nicht so kill geil sein weil die erfahrungspunkte kriegen wir eh alle also es geht nicht darum wenn ich sowieso nicht wir alle alle hier vorne stehen und war für die fritte rein sondern wahrscheinlich dann taktisch einer macht sich k.o. einer macht einer macht sich k.o. also hinten anstellen und wenn ich genau hin anstellen einschlag 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 die ausdauer weg ist und dann kann der nächste so gute taktik das gut 22 uhr geht er los ja mal ein fleisch der von ausdenken gar nicht hier zu machen wolltest du nicht beim nächsten wieso ist das hier noch nicht aus stein die 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 dinge hier da wo sie vorstehen es ist nur ja bei dem bin ich mir noch nicht sicher ob es so gut ist oder nicht weil das ist ja im endeffekt das ist ja das hier unten das ist das normale gitter ja das gesehen dass hier oben drüber halt einfach noch so ein balken drüber sein soll dann können die nicht rein springen ja ja richtig aber das macht das auch aus steinen dann können wir sicher nicht dass die kann ich da besser gleich zu not noch kaputt hauen oder aufrüsten weil wenn es nicht klappen sollte kann ich lieber erstmal wegreißen aber was soll da nicht klappen nicht dass sie auf einmal nicht hier hinkommen also er hat auch einmal den gespielten stahl oder also ich habe hier quasi sogar die idee das geht ja unten das war mir eine leiter quergelegt doppelseitig also eine einmal hier und auf der anderen seite aneinander gelegt war sie weißt du ja und dann auch auch diese mauer und dann hier oben der balken ist halt auch die leiter mit doppelseitig dann habe ich sogar auf der anderen seite noch hier an diesen balken so eine schräge damit die keine ahnung jetzt nur kaputt hauen ok ist ja auch keine ahnung schenk mir was zu trinken ein blutmund geht gleich los dann geht das in die hose aber lass mich noch kurz meine dinge abholen meine 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 belohnung für irgendwelche aufgaben glaube ich dass er nicht die schräge hier oben opa sondern hier vor an diesen an dem dünnen balken quasi noch mal so eine auch eine schräge in der selben dicke das ist ja da kann dran kommen oder ja und dass sie halt mehr zum kaputt hauen haben also ok das kann ich ja noch weil du ihm ja kommen jetzt hast fällt der letzte punkt bei chef koch und sowas weg was denn sobald man kopfschmerzen irgendwas hat hat fällt der letzten punkte beim chef koch weg dann kann man eben ab ja kann man das nicht gehen dann ist man dumm naja dann kannst du da kannst nichts machen ohne witz ich war jetzt mal schwere rüstung um ein heavy metal du kannst ordentlich was wegstecken verringert den bewegungs und ausdauer malus in schwerer rüstung um zehn prozent verringert die abnutzung 30 prozent so waffentechnisch könnte ich auch noch nichts besser herstellen als stufe 2 oder nein drei drei art pumpe ja ja aber sowieso späer oder das ist ja du warte mal hammer hammer kann ich noch herstellen aber als späer bist ja du weißt du es wird rot rot rote tony ach jetzt habe ich es abgebrochen danke weiß noch nicht wann ich den brauche aber ich brauche den bestimmt oh der ist das geil der ist ja und der macht der stunt die dicken auf jeden fall der hammer ja ja der stunt die dann sind die erstmal ein bisschen benebelt wenn du den mit auf kopf drauf raus was hast du da gemacht entgegen gesetzte ich mache uns bei den licht weiß nicht warum mit dem linken fuß soll die stolper nur mit dem kopf dann gegen das brett hauen oder was nein das ist einfach nur noch mehr zum kaputt kloppen ja war nur spaß aber ja so geht los, geht los, geht los, geht los geht los tony mit dem drehen ist nicht immer so einfach bei diesem bauen ok ach so das ist falsch rum gedreht aus versehen ne so wer ist erster? ach auch Asi nee weil er ist first, Benny, fang an nee das bleibt nicht warum haut hier gegen die wand wir haben ein problem wenn wir das jetzt nicht beseitigen können haben wir ein dickes problem oder äh nö nö die müssen sich fünf steine durch ja aber wir müssen die ja nochmal besiegen die kommen rüber gehönt äh Benny kann ich da mal hin also dann musst du mit Bernd reden nicht mit mir ach das war Bernd na toll oh fuck ich bin runter gefallen oh das ist richtig dumm ähm hast du nicht so ne Sprengladung aufgehoben Dynamit oder so alter ich bin waaah oh jetzt das war knapp ja uiuiui ja dann hast du nicht irgendwas zum sprengen wieder vor ja das ist in dem Haus haha oh guck mal der erste der erste kommt hier an die 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 auch wahrscheinlich deswegen das ist alles nicht so professionell glaube ich gerade doch jetzt kommen sie hatte sie ein ja aber jetzt kommen sie rein das ist korrekt also leck das vor euch auf geht auch keine ja eine kopperspicken fast gesicht er hat den stapeln Ist das laut? Ist das radvoll laut, äh. Aber wie gesagt, ich verstehe leider überhaupt nicht, warum das nicht funktioniert. Scheiße, das ist traurig. Wir werden es natürlich überleben, weil dadurch wir nicht mehr durchglocken. Alter, ist das normal, soviel Zombies beim ersten Buch nur? Ja, sicher. Oh, hier oben, da da. Ja. Wo kam der denn weg? Also, das Springer wird nicht. Kannst du die Seiten hier mal zumachen, Bernd? Ja, auch gerade. So, wo ist der Tönung schon am Schau? Jesus, es geht ja ab. Toni, komm schon mal reinkommen. Ah, okay. Jesus. Äh, Bernd, kannst du deinen Schlafsack da mal wegnehmen? Was machst du denn, weil wir draußen sind? Ja, mach mal, mach mal weg. Einfach nur, Leute. Achso, meinst du. Oh, die kriegen wir ja heute Nacht nicht mehr tot, oder? Ja, die bleiben bis 4 Uhr und dann müssen wir jeden einzelnen töten. Dann spawnt keiner mehr nach. Oh, was ist denn? Ei, 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 ei. Das wird auch nicht. Nee. Sicher. Na, komm. Okay. Kriegen, kriegen ja auch Schaden beim Untermüchen. Scheiße, er fehlt. Vielleicht sollten wir unten Spikes im Bau, und dass wir von oben reinfallen. Das klingt aber auch, wenn es fehlt. Ja, gut. Und so hat ein Benefit in den ersten Besuch mit dem übergeht. Okay. Okay. Ich kann das nicht machen, ich kann das nicht schießen. Ich kann das auch nicht. Ich habe auch keine Munition mehr. Ich kann das mit Pfeil und Bogen nicht hier. Ja, Toni, ich spare mich. Ja, ich weiß, ich habe noch 90 Schuss. Vielleicht sollten wir nächstes Mal mehr Pfeile herstellen für den sieben Mond. Ich kann es mir erst mal sagen, warum das hier nicht funktioniert, warum die nicht hier hochlaufen, warum die alles hier unten kaputt kloppen wollen. Der Bank muss der Balken zu lang. Nee. Ich nicht. Der Balken ja laus. Nein. Unglaublich. Alter, das geht jetzt noch bis vier Uhr so, ne? Crazy. Ja, also. Er ist doch ein Wachstum. Also, wie viele Pfeile habt ihr denn? Durch die Beine. Ich habe keinen mehr. Ich habe noch gesehen. Ich meine, nur weil wir sollten vielleicht bis vier Uhr warten, weil da müssen wir ja sowieso noch mal alle töten. Aber umso mehr, umso mehr Leute, oder nicht? Ja, aber sie müssen sie überleben. Ja, aber ich kann aber hier herstellen. Ich habe nicht mehr Steine dabei. Steine kann ich gegeben. Achso, ja, Holz habe ich einen. Habe ich Holz dabei? Holz habe ich sieben und vier. Holz habe ich vier Tonie. Toni? Ah, ja, das ist. Probier ich mal, was will ich herstellen kann. Sehr laut. Äh, was ist das? Boah, ich kann gar nichts herstellen, weil ich keinen Fehler dabei habe. Hat jemand Fehler dabei? Äh, no. Keiner? Das ist ganz schlecht. Können wir keine Pfeile herstellen. Ja, das wird jetzt interessant. Boah, das ist immer schön. Hm. Erstmal muss ich ein Spornrad gesenkt werden. Man ist hier. Ich mach mal ein bisschen leiser hier für die Zuschauer. So, ich hoffe, dass du bist erträglich, ja. Ja, ist schlecht. Nächstes Mal sollten wir uns die Munitionskisten hinpacken. Ich sag mal so, erst mal müssen wir gucken, dass diese Base hier funktioniert. Das natürlich auch. Sollten wir nicht so in der... Also wenn, dann sollten wir hier in der Mitte stehen, weil die springen immer nach links und rechts. Die bleiben halt hier nicht oben hier stehen. Okay, alle hintereinander und einer nach vorne. Oh ja, aber ein Schritt zurück vielleicht, damit ich... Ja, so. Ja. Die hauen mich. Die hauen mich. Sagt dem nicht, dass ich ihn gehauen hab. Nein, hab ich nicht. Na komm, rüber. Na komm. Hallo. Hallo. Hihihihi. Benjamin dürfen wir auch mal spielen. Warte, einen will ich noch. Dann darfst du. Ich kann ja nicht so wait to do sein, dass wir hier jedes Mal so stehen müssen. Ich stelle mich an. Hihihihi. Ah, Jungs. Ja, keine Reaktion, beide stehen da. Ja, ich fang gerade im Menü. Alter. Okay. Aber frag mich, wie ist hier durchgegritscht? Reingesprungen. Tja. Einige können das, weil wohl eine Tour eine leichterlechtige drin. Was nehme ich mal einen Ticken nach rechts, Bernd? Nee, nicht nach links. Ticken weiter nach rechts. Noch ein Tick. Ja, jetzt springen wir auch wieder zu weiter links und rechts, dann bleiben wir auch nicht auf dem Ding in der Stehten. Ja. Ja, bei den Stehten, ja, okay. Was? Ich bewege mich nicht. Guck mal, das geht auch. Der ist sogar ein Steinpfeil in der Presse. Weiß. Im Gesicht, mein Junge. Äh, was hast du hier? Ach, der Balken, genau. Komm, wenn ich stelle, ich noch ein bisschen nach rechts. Vielleicht klappt das. Sehr will ich. Ich freue mich, wie ihr da immer hinterherguckt, ey. Werden das überhaupt mehr oder sind das so viele, wie es sind? Wollen sie nicht. Ich glaube, das werden nicht mehr. Ja, wenn du, also wenn du alle getötet hast, kommen trotzdem noch wieder welche, ne? Ja. Aua. Ja, aufpassen. Oh, ich wollte nur mal gucken, was sie mit meinem Bauwerk da unten machen. Das siehst du, erst du, ist hier übrigens kein Loch drin passiert, dass die hier hochkommen, oder? Nö, nö. Nein, der Klotz hier ist massiv, wo drauf hier stehen. Okay. Sagt ihr, ob wir merken, dass sie schon drinnen waren? Oh, ich denke schon, dass sie ein paar Löcher gekümmt haben. Oh, ich habe nochmal Kopfweh. 0,1% infiziert. Das ist nicht gut. Das darf nicht bis 5% ansteigen heute Nacht. Einen Honig habe ich noch in der Kiste. Oder ich will sterben. Da kann ich natürlich Wasser und alles erstmal ersparen, aber es wäre ja dumm. 1,2, ne? Die Zeit haben wir nicht mal, könnte passen, wenn ich zum Prozent sollte eigentlich hinhauen. Oh, das ist direkt und da. Ja, da hat sich schon gefreut. Ja. Ich bin mal gespannt, was wir da recht Blut kriegen. Ja, geht so zupfisch für dich. Ja. Ich kann da nicht so dumm stehen, ey. So. Weggeschossen. Jetzt. ja volle breit seite hallo jetzt bewegt er sich aber seid ihr doch keiner mit aufgaben ja und sonst so wenn die beiden jetzt werden zuerst ja 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 1 prozent habe ich gleich eine infizierung ja dann geht er mal ein Stück da hinten dann brauchst du ja nicht aufhauen dann wenn die dich ist nicht mehr geworden nein aber es geht ja hoch automatisch wenn du mich erwischt dann müssen wir unten erstmal aufräumen ja ja das deswegen sollte der mal kurz ein bisschen auf seine munition sparen munition ich bin ich bin ich bin ich bin will und man kann zu auf meinem bauwerk kaputt zu machen macht er da alter die haben aber hier unten schon ordentlich gemütet die waren schon unten wir haben und das stelle ja 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 jetzt mal ding sparen hattest du nicht noch bombe die ist im haus in der waffenkiste könntest du dir holen ich habe keine ausdauer in der waffenkiste wir sind ja eh gerade hinter uns her ja eine ist hinter dir her und toni vorher wo hast du die drei ich bin tot ich bin tot macht kurz im haus fertig während dann genau ich komme zu dir ich jetzt mal direkt ja noch irgendwas nach bescheid ich weiß nicht jetzt auch gott vector vector das war ja nix und vector während einer habe ich hier hinten macht aber ja nicht allein ein habe ich hier wohl hingeschmissen lustig habe ich so lose geschmissen ich wusste nicht nur die vor mit l2 tippen anmachen muss wenn das hier ohne rohbombe liegt ich weiß nicht wie die auszusehen hat macht euch feile holt euch federn okay ich habe keine mehr gut das war komplett massiv hier ja und das war weil hier noch ein stein offen war sehen sie ja hier oben ist ist ja deine treppe die haben gedacht ich bin die kommen hier hoch ja das ist massiv da kommen wir nicht rein und ich sagte schon da bin ich doch drin gewesen das verstehe ich jetzt nicht aber ok ich muss ich mir rein rein würden das oder vier wenn ja mit honig geht das ganz weg geht langsam weg sagen wir es mal so aber auch ganz wenn du genug hast ja ich trinke jetzt bei zwei prozent mal gucken wir werden sehen hier brennt immer noch unser grill ey das ganze holz das ganze holz ist scheißegal da kann ich hier ganz viel von machen holz machen aber die federn habe ich gerade bei mir kann ich dir gleich geben oder ich mache einfach feile für alle habe ich habe keine ahnung nichts gesehen ich habe nur einen sack habe ich gelootet mehr wie auch nicht ich hatte auch nur eingesehen da war ein buch auch für bergbau drin und das war und wahrscheinlich weil wir nicht viele getötet haben und ach ja und ein bier ja gut das kann natürlich sein baum fällt gleich so so pfeile wieviel können wir denn herstellen 195 pfeile soll ich die anfertigen dann sind wir alle feder weg ich gehe questen und ich mache jetzt einfach 1995 pfeile scheiß drauf wenn du bist ein neubau her ich habe keine ahnung weil ich falsch gemacht habe ich weiß nicht wie viele blöcke hoch ist das 1 2 3 4 5 6 ich glaube das hätte sieben hoch sein müssen ja ich habe kein holz mehr noch mehr noch mehr pfeile machen das kriegen wir ja hin dann sind wir da und die ich hätte die auch unter dingen wie gesagt nur drei also maximal drei breit steine weil ich glaube da ist doch eigentlich ist das egal weiß ich nicht vielleicht ist das so ein spielding dass wir dann halt alle da diesen schmalen fahrt hochgehen und eigentlich ist ja die ki die sagt ihr oder sagt den ja so schnapp den auf dem einfachsten weg na ja auf dem einfachsten weg da war mal der treppe drin ich hab ja keine ahnung ich weiß auch nicht wie die meinen dann wollen wir denn hier normalen stein zum abbau da unten war aber da in meiner grube das hier ist doch normaler stein oder gibt das auch was anderes das ist normal stein ja nach keiner ausdauer ich gerannt bin das ist auch wieder so ein stein ding aber doch das ist normaler stein das sieht gut aus brauchen wir noch ab noch ein paar pfeile ok das hast du so gemacht so das sieht gut aus da 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 ok wieviel können wir noch machen noch mal 21 steinchen stein also das ist ein automobil kauf z ist das kriegst du deine konstruktion schneller abgebaut als ich hätte das jetzt mal versucht mit drei breit gut abgebaut ist also was heißt drei breit ich hätte jetzt quasi die dazu vorst dass die hier hoch gehen oder wenn ich jetzt hier warte wusste dinge das dinge dann das hier und dann in fans drehen nicht so meinst du mein laufsteg weg bauen ja genau den laufsteg weg und der kommt der kommt gut leute ich würde sagen das war blut und wir müssen ein bisschen gefahren sich mal noch ein bisschen munition ich würde mal geht es dann weiter das gerne like da bis zum nächsten mal haut rein und ciao ciao es tschüss ähm weil hier ist